Wie genau stelle ich es an, damit ich mein erstes Produkt zum Amazon-Katalog hinzufüge, damit es über Amazon.de verkauft wird? Darum geht dieses Video. Hallo, hier ist Amazon FBA bei Markus. Auf dem Kanal geht es genau um alles, was du wissen musst, um als Amazon-Händler so richtig durchzustarten. Und ich habe gesehen, mein letztes Video zu dem Thema ist schon ein bisschen länger her und manchmal ändern sich die Masken ein bisschen, manchmal gibt es einfach Neuerungen auf der Amazon-Seite und deswegen bin ich auch gerade dabei, für meinen Amazon-Kurs jede Menge neue Videos zu machen, wo es viel tiefer ins Detail geht. Aber deswegen gehört natürlich hier auf dem YouTube-Kanal auch ein freies Video für euch, wo wir mal um alles gehen, was du am Anfang wissen musst, um dein erstes Produkt hinzuzufügen, von Anfang bis Ende, damit es live auf der Amazon-Seite sein wird. Ich zeige dir, worauf du achten musst, was die besten Techniken sind und was du noch als Helfer benutzen kannst, damit es so einfachst, möglich und effizient läuft. Also auf geht's hier ins Video und wenn du solches Wissen schätzt, was super praxisnah ist und du brauchst als Händler, dann lass ein Abo da. Klick den Abonnieren-Button, das Glockensymbol, werde Mitglied der größten Amazon-Community hier im deutschen YouTube. Also auf geht's ins Video. Fangen wir also mit den ersten Schritten an, um unser Produktlisting anzulegen. Da starte ich mal mit einem Beispielprodukt auf Amazon, weil wir müssen uns erst vorbereiten und hier sage ich die fünf Dinge, die du mindestens zur Hand haben musst, damit es so ist. Ich habe mal ein Beispielprodukt eingegeben in die Suche, Regal-Sammelfiguren und das sieht dann so aus. Und deswegen gucken wir mal direkt am Listing, was wir denn mindestens brauchen, um unser Listing anzulegen. Und das ist Punkt eins, mindestens ein Foto. Also du musst mindestens ein Foto raufladen, um dein Listing zu erstellen und abzuspeichern. Und wenn du nur eins rauflädst, ist das automatisch das Titelfoto. Und das muss dann auf weißem Hintergrund sein und mindestens 75% vom Bild ausfüllen. Und dann sind die Anforderungen getroffen, dann hast du das erledigt. Punkt Nummer zwei ist dann, du brauchst deinen Barcode, den musst du hinterlegen. Auch den brauchst du unbedingt, um dein Listing anzulegen. Wenn du hier drüber scrollst, siehst du hier eigentlich nirgendwo wirklich den ERN-Code und so weiter. Der ist nämlich auch hinterher unwichtig, den brauchst du wirklich nur fürs Anlegen in dem Moment. Und wo bekommst du denn her? Ganz klar von gs1.de. Und das ist jetzt irgendwie kein Sponsoring oder sowas und auch keine wirkliche Empfehlung, weil das ist der einzige und offizielle Herausgeber von diesen Barcodes. Die haben das System empfunden, die GTI-EN-Codes, ERN-Codes. Und deswegen sind es die einzigen, die sie verwalten, herausgeben dürfen. Alles andere sind Weiterverkäufer, die man langfristig eigentlich gar nicht nutzen sollte. Und deswegen klare Empfehlung, geh hier hin. Hier musst du wahrscheinlich mindestens ein 10er-Pack kaufen von 10 Barcodes. Du brauchst für dein erstes Produkt aber nur eins, um das Produkt anzulegen auf Amazon, um es hinterher beim Hersteller draufdrucken zu lassen. Und auch für die Zukunft, wenn du es nachbestellst und noch mehr produzieren lässt, kommt dann immer der erste gleiche Barcode auf jedes einzelne Produkt obendrauf. Und das ist dann hoffentlich auch erledigt. Kommen wir zum dritten Punkt, den wir erledigt haben müssen. Und das ist der Angebotspreis. Auch da sage ich dir hinterher, wenn wir dran sind, warum du nicht irgendeinen wählen sollst, warum du es anfangs überlegen sollst, was dein realistischer Angebotspreis zum Start ist. Und Punkt 4, schließlich finde heraus, was die beste Kategorie ist. Sehen wir hier auch schon in den Suchergebnissen, für welche Kategorien hier uns Amazon Amazon den Artikel hier anzeigt, von so einem Regal für Sammelfiguren. Übrigens so ein Recherchetool wie Helium 10 X-Ray zeigt dir direkt an, welche Kategorien benutzt werden. Und da kannst du ganz einfach gucken, in welchen Kategorien sind die Top-Verkäufer mit ihrem Produkt. Und es gibt dir schon mal Aufschluss, welche Kategorie sich am meisten lohnt. Vielleicht findest du aber eine Kategorie, in der ähnlich viele Produkte verkauft werden, wo die Konkurrenz schwächer ist. Das könnte dafür sprechen, dein Produkt in die schwächere Kategorie reinzutun, weil die Konkurrenz hier schwächer ist und du höhere Chancen hast, dein Produkt als Bestseller markiert zu bekommen. Was natürlich eine sehr gute Auszeichnung ist und dir extra Verkäufe bringen kann. Aber hier als Warnung, nimm wirklich eine Kategorie, die hochrelevant ist für dein Produkt, in der deine Kunden das Produkt auch kaufen wollen. Es gibt immer mal wieder Verkäufer, die wollen tricksen und listen ihr Produkt bewusst in falschen Kategorien, um gewisse Anforderungen zu umgehen. Aber auf sowas kann Amazon über die Zeit auf die Schliche kommen und dann das Produkt sperren. Das willst du nicht machen. Also mach von Anfang an gute Arbeit hier. Und Nummer 5, das ist der Titel. Was ist der beste Titel für dein Produkt? Und ich meine, ich habe ja schließlich gesucht nach Regalsammelfiguren. Ist vielleicht schon mal hochrelevant. Aber dann würde ich gucken, was für Titel benutzen denn die Top-Verkäufer? Was kommt da am häufigsten vor? Und bei dem hier wäre es dann wahrscheinlich ein Regal für Sammelfiguren, aber auch Setzkasten und Holz und vielleicht Wandregal oder Kinderzimmer. Also hab deine Top-Suchbegriffe parat. Idealerweise machst du das auch mit einem Keyword-Recherche-Tools. Auch dazu habe ich Videos hier auf dem Kanal. Wenn du das zur Hand hast, kannst du dein Listing erstellen. Das machen wir jetzt hier direkt im Anschluss. Und das wird auf jeden Fall erstmal ein sehr rohes Listing, eine sehr frühe Version davon. Ausschmücken und optimieren. Würdest du es von hier aus machen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, so früh wie möglich das Listing irgendwie mal erstellt zu haben, dass es da ist. Weil ab dem Moment siehst du auch, ob es irgendwo zu Problemen führen kann. Zum Beispiel hier mit dem Wandregal. Wenn du es vielleicht wirklich vermarkten willst als Wandregal für Überraschungseierfiguren, wirst du dann vielleicht feststellen, dass es ein Problem gibt mit dem Markenwort Überraschungseier und du es so nicht listen kannst. Das gibt es bei Amazon bei manchen Marken, dass die sagen, hey, das kann hier nur der Markeninhaber anbieten. Und das willst du möglichst rausfinden, bevor dein Produkt eingekauft und auf dem Weg nach Deutschland ist. Genauso könnte Amazon dein Produkt als Gefahren gut einstufen und sagen, zeig mir mal Nachweise von der Produktion und ob das gewisse Normen erfüllt. Und dann fängt der Papierkram an. Auch das willst du nicht erst machen, wenn du in drei, vier Tagen den Produktstart geplant hattest. Mach das möglichst früh und dann hast du noch möglichst viel Zeit zu reagieren, wenn du mit dem Hersteller darüber schreibst. Und der letzte Punkt, genauso wichtig ist, dass du damit deine FNSKU erstellen kannst. Wie wir vorhin im Listing gesehen haben, da taucht kein Barcode auf, sondern nur die Amazon FNSKU und das ist das, was du deinen Hersteller geben musst. Deswegen willst du es auch vor der Produktion schon angelegt haben. Von hier aus geht es weiter bei deinem Händlerzugang im Seller Central auf Amazon. Da gehst du aufs Menü Lagerbestand und dann öffnet sich das nächste Menü und dann kannst du dein Produkt hinzufügen über den passenden Eintrag Produkt hinzufügen. Dann kommst du als nächstes auf diese Suchmaske hier. Amazon möchte ja, dass du möglichst bestehende Listing nutzt, aber wenn du FBA-Seller bist und dein eigenes Markenlogo auf dein Produkt drückst, musst du auf jeden Fall dein eigenes Listing erstellen, was auch viele Vorteile hat. Und deswegen klickst du hier unten. Ich möchte ein Produkt hinzufügen, das noch nicht bei Amazon verkauft wird. Und dann kommt es von hier aus zum nächsten Schritt eben zu der Kategorie, in die du dein Produkt hinzufügen möchtest. Und das kann ich hier unten entweder Schritt für Schritt auswählen aus dem Katalog oder ich kann hier oben mein Keyword eingeben und Amazon zeigt mir was Passendes. Und dann muss ich mich jetzt hier zum Beispiel entscheiden, ob ich in Haushalt wohnen, Aufbewahrung, Regale, Schweberegale hinzufügen möchte oder vielleicht in Möbel, Kinderzimmer, Regale und Ablagen, je nachdem, wo der beste Markt für mich ist. Und dann geht es jetzt auch weiter zu dem Punkt, wo ich wirklich meine Angaben mache. Und dann wähle ich als erstes aus, gibt es Produktvarianten? Ja, nein. In dem Fall möchte ich nur ein Produkt anbieten in einer Variation. und als nächstes gebe ich meinen Hersteller-Barcode rein. Da kommt mein ERN-Barcode hin und das muss ich auch auswählen, was es ist. Und von hier an können die Bezeichnungen pro Kategorie sogar ein bisschen unterschiedlich sein. Aber das nächste ist der Titel von deinem Produkt. Was soll der Titel sein? Und da gebe ich gleich mal um die fünf hochrelevante Keywords ein, die ich für das Produkt ausgemacht habe. Und das ist in dem Fall Wandregal, Holz, Sammelfiguren, Kinderzimmer. Und das wird auch aus dem Grund jetzt wichtig, weil Amazon jetzt einen Link anlegt auf der Amazon-Seite für dein Produkt. Und das macht es typischerweise mit den ersten Infos, die es darüber hat. Und das zieht es eben aus deinem Titel. Und das siehst du ganz häufig, wenn du googelst und Amazon-Produkte auftauchen. Der Anbieter hat zum Beispiel Sammelfiguren, Regal hier direkt im Titel von seinem Produkt oder hier Regal-Tony-Figuren. Und je nachdem, was für dich relevant ist, kann es deswegen sehr interessant sein, darüber auch im Google findbar zu sein. Und ganz, ganz wichtig ist deswegen, was du als erstes hier eingibst, bevor Amazon deinen endgültigen Link erstellt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Markenname. Und wenn du FBA-Händler bist, dein Produkt in China beim Hersteller kaufst, aber unter deinem Namen das vertreibst, dann kommt auch dein Markenname hier hin. Und sagen wir mal, dein Markenname ist Regalkönig, weil du die Top-Regale hast. und dann kopierst du das Ganze auch hier als Herstellerangabe hinein, weil das ist dann die Marke und der Hersteller. Jetzt kommt hier auch je nach Kategorie, in die du anbietest, noch ein paar andere Sachen, die du eingeben solltest. Hier passen für Regale die Farbe und die Größe. Und damit habe ich die Basic-Informationen hier eingegeben und muss wieder nach oben zum nächsten Punkt. Amazon lässt es mich nicht speichern, bis ich noch ein paar mehr Daten eingegeben habe. Und das ist jetzt als nächstes der Preis und deswegen habe ich vorher gesagt, überleg dir genau, für was du verkaufen willst. Tu einen realistischen Preis rein, füllst nicht einfach nur mit irgendeiner Zahl aus, weil wenn du später anbietest und hast jetzt eine 1 reingeschrieben und erhöhst es dann auf 50, dann kann es sein, dass Amazon damit ein Problem sieht und Preiswucher sieht. Das wollen sie nämlich auf der Plattform vermeiden. Deswegen sind Preissenkungen typischerweise kein Problem, aber krasse Preiserhöhungen und häufige Preiserhöhungen, gerade bei neuen Verkäufern, können dazu führen, dass du die Buybox verlierst. Also tu hier wirklich von Anfang an einen realistischen Preis rein, im Zweifelsfall ein paar Euro zu viel und senke es dann hinterher. Das nächste Feld ist Menge, das ist in dem Fall 1, weil wir ein Regal anbieten, das wir zu den Kunden schicken, was er zu dem Preis kaufen wird und den Zustand geben wir auch an als neu. Und jetzt wählst du aus Versandkanal. Ich versende diesen Artikel selber, Versand durch Händler oder Amazon übernimmt. Also wenn du bei Amazon lagern willst und sie sollen versenden, dann ist das die richtige Auswahl. Kommen wir jetzt weiter zum nächsten Punkt und da müssen wir nur das Herkunftsland angeben. Und das zum Beispiel Türkei, China, je nachdem, wo du es eingekauft hast, wo der Hersteller sitzt. Und dann gibst du noch das Artikelgewicht ein und dann bist du hier praktisch fertig und wir können auf den Punkt Bilder springen. Hier lädst du jetzt mindestens das eine Bild drauf, was du ausgewählt hast und damit sind wir durch. Dein Produkt ist angelegt. Es sei denn natürlich, du willst jetzt wirklich Varianten hinzufügen, weil du hast nicht nur ein Regal, sondern du hast das Regal vielleicht in drei verschiedenen Farben, in schwarz, weiß und braun oder in verschiedenen Größen. Dann würdest du das hier passend zu deinem Set auswählen. Also sagen wir hier mal Color, weil wir hier verschiedene Farben haben. Und dann würden wir als erstes die erste Farbe hinzufügen, die zweite Farbe hinzufügen und die dritte Farbe hinzufügen. Damit hat uns Amazon jetzt hier unten so eine Tabelle noch hingemacht, wo wir für die einzelnen Produkte dann genauere Angaben machen können, weil jetzt wandelt sich das Ganze, was wir gerade hinzugefügt haben, nämlich erstmal als Platzhalter für die einzelnen Varianten hier um und die müssen wir hier genau bezeichnen und dann brauchen wir erst weitere Barcodes, weil jetzt jede Variante noch seinen eigenen Barcode hat. Falls du es aber nicht vorhast, kannst du es ignorieren, was ich gerade gesagt habe. Dann machst du einfach weiter mit dem, was jetzt kommt. Wir gehen nämlich nach hier ganz oben und klicken jetzt hier auf weitere Attribute und jetzt können wir noch genauere Angaben machen. Auch hier wieder nach Produkt kannst du verschiedene Angaben zur Konfirmität machen und je nachdem, was relevant ist für dein Produkt noch hier zusätzlich hinzufügen. Außerdem können wir jetzt die Produktbeschreibung hinzufügen. Die ist typischerweise recht weit unten. Bei dem Wandregal muss ich hier zum Beispiel recht weit runter scrollen und sieht man hier wirklich eine sehr kleine Produktbeschreibung. Mein Tipp, mache es später besser, aber als erstes mal reicht hier schon mal ein Satz drin. Und schließlich die Key Product Features, das sind die Bullet Points und die finden wir typischerweise recht weit oben unter dem Titel, wie hier zum Beispiel. und wie du siehst, hat er hier mehrere. Wir können hier insgesamt fünf Farben und können deswegen noch mehr hinzufügen. Auch hier solltest du mindestens schon mal ein Feld ausgefüllt haben mit einem Satz drin, damit du den Artikel hinterher abspeichern kannst. Später willst du die natürlich auch besser ausfüllen und darüber werde ich nochmal ein separates Video machen, wie wir gerade die Texte in unserem Listing optimieren, weil der Part ist wirklich sehr, sehr wichtig, der es nicht mal eben in zwei, drei Minuten erklärt. Was du hier einträgst, entscheidet immens über den Erfolg von deinem Produkt, weil einerseits willst du möglichst, dass Amazon so gut wie möglich versteht, für was für Anwendungszwecke dein Produkt alles geeignet ist, um so viel Kunden wie möglich die verschiedenen Sucheingaben machen, dein Produkt vorzuschlagen. Auf der anderen Seite sollst du den Kunden verführen und deswegen ist das ein Für und Wider, damit deine Beschreibung wirklich noch attraktiv lesbar ist, aber möglichst viel Suchbegriffe eingebaut hat. Sprich mal von Suchbegriffen, das ist hier noch der letzte Bereich, den du später wirklich gut ausfüllen willst, allgemeine Schlüsselwörter, da kommen Suchbegriffe rein, das ist das einzige Feld, wo wirklich wichtiger Text reinkommt, also ausschließlich Suchbegriffe, die später nicht im Listing zu sehen sind, also wenn dein Kunde hier rauf geht, sieht er nicht, was in dem Feld steht, da gehören wirklich nochmal Suchbegriffe rein, die entweder hochrelevant sind für dich oder die der Kunde vielleicht nicht lesen soll. Das können zum Beispiel häufige Rechtschreibfehler von dem Produkt sein oder vielleicht irgendwelche Begriffe in einer Fremdsprache für dein Produkt auch gesucht wird, die du aus irgendeinem Grund nicht in den Text einbauen möchtest. Wenn du das alles gemacht hast, bist du fertig und kannst dein Listing abspeichern und wenn du jetzt ein bisschen wartest, weil Amazon braucht ein bisschen Zeit, um das Ganze zu verarbeiten, wirst du später wieder finden, im Punkt Lagerbestand verwalten und da kannst du zum Beispiel schon mal kontrollieren, ob es auch wirklich erfolgreich als Amazon FBA-Produkt hinzugefügt wird, weil in dem Moment hast du natürlich noch keine Produkte eingeliefert, deswegen steht dort als Bestandsmenge eine Null, die du auch nicht verändern kannst. Sollte es aber als FBM-Artikel eingerichtet sein, also für Selbstversand durch den Händler, hast du dann ein freies Feld, wo du eine Menge von Produkten selber hinzufügen kannst, die du in deinem Lager natürlich zur Verfügung hast zum Versand. Genau auf der gleichen Seite Lagerbestand bearbeiten kannst du dann auch immer wieder gehen, um dein Artikellisting zu bearbeiten, weil den Button findest du ganz rechts außen neben deinem Produkt und kannst dort immer dann wieder auf Bearbeiten klicken, um Änderungen zu machen und ganz wichtig ist auch, dass du hier jetzt endlich dein FNSKU-Code findest und zwar unter Artikelletiketten drucken, dort kannst du draufklicken und erzeugst ein PDF, was du dann an deinen Hersteller weiterschickst, damit er den FNSKU-Barcode von Amazon braucht. Der ist später wichtig, dass Amazon den im Lager einlagern kann. Die interessieren sich für den und für nichts anderes. Das heißt, dein ERN-Code brauchst du nicht mehr ab dem Punkt, wo dein Listing angelegt hast. Der muss für Amazon gar nicht auf den Artikel sein. Ab hier verwaltet Amazon dein Listing wirklich nur noch über deinen FNSKU-Barcode und deswegen ist es gut, wenn der schon aufgedruckt ist auf der Verpackung, wenn dein Produkt an Amazon kommt und das ist der Weg, wie du schließlich an ihn kommst. Unser Listing ist also angelegt. Wir haben heute schon mal eine ganze Menge geschafft, die uns ein großes Stück weiterbringt. Also ich hoffe, du fandst das Video interessant und wenn dem so ist, dann lass auch mal ein Like da, klick den Like-Button unter dem Video, lass mich wissen. Vielen Dank dafür und zum Schluss der Videos lese ich immer noch einen von euren Fragen vor, egal ob es Lob, eine Frage oder eine kritische Anmerkung ist und die Frage kommt heute von dem Zuschauer-Informationen-Kanal und der fragt, wie es denn ist. Er wohnt in Dubai und möchte in Deutschland verkaufen, wohl zahlt er Steuern. Also ganz einfach, es ist dort so, wo die Ware liegt, gelagert wird und an den Kunden rausgeht, dort zahlst du schon mal die Mehrwertsteuer. Also wenn du in Deutschland lagerst, dein Kunde in Deutschland ist, zahlst du ans deutsche Finanzamt die Mehrwertsteuer, egal in welchem Land der Welt du deine Firma hast. Aber den Gewinn, den du am Jahresende machst mit deiner Aktivität, mit deinem Handel, der wird in dem Land besteuert, in dem du lebst, also in deinem Fall von dem Nutzer hier, wäre das dann Dubai. Und wenn du jetzt aber in Deutschland bist, Händler bist und du hast deine Ware in Spanien zum Beispiel und verschickst dort an Amazon-Kunden in Spanien, musst du in Spanien die Mehrwertsteuer zahlen, aber in Deutschland weiterhin dein Gewinn. Ich hoffe, das beantwortet ziemlich klar und ziemlich einfach die Frage und speziell zu den Zuschauern hier aus Dubai. Ich habe in meinem Amazon-Kurs natürlich den Großteil deutsche Händler, die in den Kurs gehen, aber ich brauche auch eine ganze Menge und nutze das schon aus Dubai. Also vielleicht ist das für dich auch interessant. Link zum Kurs findest du auf jeden Fall unter dem Video in der Videobeschreibung. Schaust dir mal an, ob es was für dich ist. Und an alle anderen, danke auch für eure Kommentare. Vielleicht lese ich ja im nächsten Video mal einen von deinen Kommentaren vor. In jedem Fall vielen Dank fürs Ansehen. Hab eine großartige Woche und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.